Wir sind in der Nacht von 58. Wir haben eine Taschenlampe. Sir Thunderstone, there is no light in the building. Okay, alle klar, dann nehmen wir mal diese wunderbar alte Taschenlampe. Können wir uns dir noch ein Bild angucken. The doctors make the wrong diagnosis for Yvonne. He needs a heart transplantation, only this will help him. I no longer have the strength to fight with the doctors, who decided not to contact them again. I will heal my son myself, whatever it takes. So, das ist ja, die Krähen sind relativ laut, dann könnt ihr das schon mal erklären, irgendwie, wenn die von den Krähen gestresst ist. Ah, guck mal hier. Aber es sieht übrigens ordentlich aus. Das ist ordentlich, ne? Hier ist Zuchtunordnung jetzt angesagt. Ja. Aber ich denke mal, die Krähen, wenn sie so genervt haben, irgendwie, dass sie irgendwann die Krähen getötet hat. Oh, guck mal, wie schön das hier alles aussehen kann. Naja, schön ist relativ. Sieht immer schrecklich und scheiße aus. Und schreibt auch, gib mal hier ein bisschen Rosmarin. Hm. Hm. Okay, Children and Caregivers, äh, where to sleep. Also, die Kinder und die Erzieher sind am Schlafen und sie möchte diese nicht stören. Was ist hier gerade kaputt gegangen? Oh, eine Lampe oder irgendwas? Oder ist ein Vogel hier reingeflogen? Oh, weiß nicht. Okay. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Frau Henken. Warte, ist das so? Ähm, ne Spieluhe? Da ist der Schlüssel in der Spieluhr, also das war ja für, für irgendein, haben wir, haben wir bei ihrem Schreibtisch noch was vorne? Du hast die Kinder gefühlt. Guck mal, da ist ein Safe, guck mal, da ist ein, oh, praktisch. Jakob Parasite stole a second gasoliner. Was? Bitte was? Was? Ich brauche, dass alle Kinder in der Krankenhäuser zurückkommen können. Und dann zurückkommen. Was? Nein, sie will für ihren eigenen Sohn. Deswegen... Oh Gott! Okay, we worked together with Alexei Sergevich. 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 In an orphanage, then I acted carelessly and received a complaint the director had to close the shelter. I was suspended from the medical work. Now I will not make such a mistake, because only he knows about our agreement. I must continue to find people for him to collect the kidneys and Alex Sergevich will help to perform a heart transplant operation for Ivan. According to all indicators from the medical record, Jakov is an idle donor. I set up an accident and no one will look for him. Oh Gott! A special boy, Jakov, came to the camp. He has no parents or relatives. He became my favorite because he is so similar to my son Ivan. I really want to see him. Jakov is a good boy, although he does not speak, but he understands everything and does everything I ask. In the afternoon I had to meet with Alexei at the shelter where we used to work. He ordered us to fulfill our agreement tonight. This day has come. Jakov will help me with this. Before going to bed, children always invent horror stories. While the counselors put them to bed. This can distract them. Yeah, you need to put the gas under... Oh nein. Du fängst jetzt an, das Gas da... ... einzuführen. Shit. Das ist wirklich abstrakt, Alter. Oh fuck. Ja, ist auch nochmal so ein Ding. Du bist selbst quasi... ...getäubt. Oh, was das denn? Okay... Okay... Okay da hat uns, glaub ich... ähhhh... ...under... ...partner ein bisschen drinnen gelegt, oder? Würde ich sagen. Okay. Ich hör doch wieder eine Katze. Ich hör irgendwie... It's locked. There is someone behind it. Oh nein. You were told cross out. You were told cross out to get out of here. Leads us place alone. Muss man jetzt nicht... Bin ich dafür? There are empty pages left. The Marius Diary. You can use them to answer. I hear him. Ja, keine Ahnung. Okay, also wir müssen... Achso, wir müssen das Diary aufnehmen. Was sie gerade auf dem... Dings hattest. Im Schrank. Und müssen dir anscheinend einen Zettel schreiben. Immer den Stift der noch mit... Oder... Oder auch nicht. Ja. Macht alles automatisch. Ich weiß was hier passiert. Lass mich dir helfen. Sag mir, wer du bist. Wo bist du? Wo bist du? Oh Gott. Sie haben... Das erinnert mich ja jetzt ein bisschen so an Phasmophobia. So von wegen, wir sprechen jetzt mit dem Geist oder was? Supernatural oder Ghostfaces? Ghostfaces. Ghostfaces. Hattet ihr uns jetzt darauf geantwortet? Er wird uns jetzt glaube ich gleich antworten. Ah... Ah... Hallo? Nein, bitte nicht. Äh... Uah... Hase, 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 Hase. Okay... So try writing the letter again. Okay... Just then! It's me! I read the people who kill her. Did you... Did you do that? Tell me. And then I can help you. Tatsächlich bin ich erstaunt, dass wir den Geist noch nicht gesehen haben. Bei Vollmond. Oh, da endlich die Antwort. So, ich hab meine große Fresse. Ich hab meine große Fresse. We're talking Geister. Was? Das war jetzt blöd. Was haben wir jetzt gerade übersehen? Keine Ahnung. Ich bin vielleicht auch gar nicht so traurig, dass wir es nicht gesehen haben. So, wahrscheinlich die Entwickler haben sich total abgewichst, um diesen Jumpscare einzubauen. Oh, hallo. Hallo, ich guck nach unten. Ich schau mir das nicht länger an. Okay, der Kadaver ist auf jeden Fall auch weg. Ja. So. Wow. Zack, ja, wir sind ordentlich. Die Box muss zugemacht werden. So, wir haben jetzt den Schlüssel gefunden. Für was haben wir eigentlich den Schlüssel gefunden? Wir hatten den Schlüssel für den Safe gefunden vorhin gehabt. Ähm, aber welchen meinst du denn jetzt? Okay, wir schreiben nochmal einen Brief. Achso, wir schreiben... Okay. Mach hier nicht so eine Fummel. Kind. Mach hier nicht so eine Fummel. Kind. Ah, die haben bestimmt einen Heidenspaß gehabt, diese Soundkulisse aufzunehmen. So, komm, komm nochmal an die Rand hier. Ja, nochmal weg. Klopf mal hier, mach mal da. Mhm, toll. Nein. Keine Antwort. Doch, doch. Und, was schätze, ist es Jakov? Ja. Ja. Oh, hier kann ich mit meinen Freunden kommunizieren. Wir sind in diesem Ort, weil es unser Haus ist. Viele Leute kamen hier nur um unsere Dinge zu verbrechen. Aber meine Freunde haben mir geholfen, dass sie weggezogen werden. Ich bin Angst, dass jemand mich sehen wird und sagen, dass ich hier live und diese Leute kommen für mich. Oh, Hase. Ah, Hase. Was machst du denn hier, Hase? So, wie viele Briefe müssen wir denn jetzt hier bitte schreiben? Who are your friends? Who are your friends? Why are they here too? Meinst du, dass die Freunde nicht die anderen Kinder sind? Ne, das wird, äh... Oh, das ist Spielzeug. Ne, das wird, äh... Ne, das wird die Aufseherin sein, die hier ebenfalls noch mit... Meinst du? Naja... Dup-ti-duu. Hase ist weg, Hase ist weg. Na, ist doch toll, dass Hase jetzt weg ist. Hase ist weg. Lass uns ein Saufspiel draus machen. Wo ist Hase? Finde Hase. Hase ist weg. The spirits of this plate, those who were tortured her... äh... here. The remind locked up here that they, uh... that day in the evening after lights out someone came. Probably it was the person with whom the doctor spoke. He didn't find me. I think that because of this, uh, this poisoned all the residents and the director. Ist das wirklich eine Brieffreundschaft, die wir hier führen? Oh, all of this was planned by the director of the camp. What are you talking about? What kind of person? What are you talking to? Oh, fuck. Wir wollen all hingucken. Scheibe. Ich gab's dir, los. Wir können gucken. Okay. Da war keiner. Wieder mal keiner da. War bestimmt Hasi. Wo ist Hasi überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will, wo Hasi ist. LLEI! Es ist alles sie. Ich sah unser Direktor mit jemandem in einem alten Hospital neben dem Camp. Sie sagten, dass sie ihre Arbeit machen würden. Dann wusste ich, dass ich mit uns verbunden war. Aber ich konnte nicht alle warnen. Ich sah nicht, wer da war. da war, weil ich Angst in der Höhe war. Im Frühstück ging ich ins Gebäude und sah niemanden. Ein Schiff war auch nicht da. Ich dachte, dass der Mann und seine Arbeit haben alle weggebracht und die Körper in dem Gebäude Ich musste hier bleiben und in der Ventilation leben. Man kann nur manchmal in den Wohnen gehen. Alter. Super. Na, schreiben wir ihm noch mal ein Briefchen? Schreiben wir ihm... Oh, ich seh jetzt... Keine Ahnung. Das artet so aus jetzt gerade die Kritze, ey. Ja, süße. Oh, wir machen das nächste... Nächste Briefchen. Mein Gebäude... Abandone es. Kann ich da kommen? Ach du Scheiße. Sind wir noch in das Krankenhaus jetzt, oder was? Ah, ich hoffe nicht. Aber... ...möglich ist es. Dass wir da auch noch mal hin müssen. Äh... Da kam der nächste Brief. Mhm. Nicht. Die Spiegeluhe ist an. Sehr toll. Jakob, das ist ein Anzeichen. Es ist Zeit, um zu dem Abandone-Hospital zu gehen. Wir müssen die Bordern auf der Frontdor. Nein. Yay. Hospitale. Hospitale. Hurra. Äh? Äh. Okay. Das war ein... Das war's. Äh... Das war's nicht. Das war's. Kristian ausодыboxen... Dimension worden vom innenesse Gerwig-Hruw업ясinger Stills.